CreaMetall AG – kreative Lösungen in Metall Wir entwickeln Geräte für den Metallbauer. Schnell, präzise, universell. Weltweit bekannt ist unsere Geländerschweißlehre CreaStar, ausgezeichnet mit dem Bayerischen Staatspreis 1998. Weitere Auszeichnungen für das Bohrcenter CreaDrill 2005 und die Pfostenschweißlehre CreaFix 2010 mit dem Deutschen Bundespreis für hervorragende und innovatorische Leistungen für das Handwerk. CreaFix – die universelle Schweißlehre für Kopf-, Fuß- und Stirnplatten sowie Handlaufschalen. Mit der CreaFix entfallen, vorarbeiten die Anreißen, Einmessen und die Verwendung eines Winkelmagneten. Als erstes zeige ich Ihnen die Einstellung für eine stumpf angeschweißte Platte. Ich stelle den unteren Versatz ein. Der rechte Winkel ist mit Hilfe des Anschlags schnell eingestellt. Die Plattenbreite wird von der Mitte ausgehend eingestellt. Mit den Positionierwinkeln stelle ich die Pfostendicke ein. Lege den Pfosten in die CreaFix und schiebe den zweiten Winkel an das Werkstück. Es kann direkt in der Vorrichtung geschweißt werden. Einmal eingestellt, lassen sich beliebig viele Pfosten schweißen. Solche Platten-Situationen kennen Sie sicherlich auch. Das Kopfteil kann ich um 90 Grad drehen. Dann stelle ich die Plattendicke ein, lege Platte und Pfosten in die Vorrichtung und kann mit dem Schweißen beginnen. Ist eine größere Distanz gewünscht, wird das Kopfteil einfach auf die entsprechende Höhe eingestellt. Mit Hilfe eines selbstgefertigten Anschlags können auch für größere Serien die Maße exakt eingehalten werden. Die CreaFix funktioniert auch bei Pfosten mit Steigungswinkeln. Zuerst den unteren Versatz einstellen und auf der Maßskala den gewünschten Winkel einstellen. Plattengröße und Pfostendicke werden eingestellt. Nach dem Einlegen ist auch hier genügend Platz zum Schweißen. Je kleiner die Werkstücke, desto schwieriger wird es mit der Standardmethode. Auf der CreaFix sind auch Kleinteile wie Handlaufschalen kein Problem. Einstellen, einlegen und schon kann geschweißt werden. Mit dem fahrbaren Untergestell ist die Schweißlehre jederzeit und überall einsatzbereit. Auch kleine Stützen lassen sich einfach verschweißen. Bei Bedarf wird die Auflage ausgezogen. CreaFix – schnell, präzise, universell.